Wir dürfen grundsätzlich nicht nach Konfession fragen, wir dürfen grundsätzlich nicht nach politischer Ausrichtung fragen, wir dürfen grundsätzlich nicht nach Gewerkschaftszugehörigkeit fragen. Jetzt kommt die wichtige Ausnahme. Die Ausnahme ist der sogenannte Tendenzbetrieb. Ein Tendenzbetrieb ist ein Betrieb, der von seiner Ausrichtung schon eine gewisse Tendenz hat, zum Beispiel eine religiöse oder politische Tendenz hat. Das heißt, sie dürfen in einem katholischen Kindergarten, dürfen sie fragen nach der Konfession. Sie dürfen, wenn sie eine Sekretärinnenstelle in einer politischen Partei besetzen, auch die müssen schließlich sich verwalten und selbst organisieren, dürfen sie nach der politischen Ausrichtung fragen. Es kann doch nicht sein, dass sie jemanden einstellen, der vom politischen Gegner kommt. Das kann ja nicht der Sinn sein. Deswegen hier dürfen sie fragen, im sogenannten Tendenzbetrieb.